Ich weiß genau, wann du es machen willst, ich weiß genau, was du machen willst. Darf ich kurz ausreden? Ja, dürfen Sie. Und das finde ich befremdlich. Ich würde gerne aber mal auf zwei Leute reagieren dürfen. So, erstmal bin ich jetzt sehr froh, dass wir jetzt mal darüber geredet haben, wo Sie... Eben waren Sie auf der taktischen... Entschuldigung, eben waren Sie... Jetzt darf ich aber auch ausreden. Jetzt darf ich auch ausreden. Aber erzählen wir doch nicht, dass Sie nicht auf der strategischen Ebene. Jetzt darf ich reden, weil das, was Sie... Welche Ebenen reden Sie? Und das werden Leute abgeschlachtet. Von was reden wir hier eigentlich? Wovon ich rede, ist, dass in einem Krieg immer Leute abgeschlachtet werden. Und ich bin diejenige, die jetzt schon... Es ist sehr gut, dass Sie das machen. Das wäre schon mal gut. Und ich sage das, ich sage, wenn Sie mir ständig ins Wort fahren, kann ich das wirklich nicht sagen. Ich habe hier gesagt, weil Sie die Lage nicht eskalieren wollten, nicht anfassen wollten, weil Sie so wollen. Wir reden von 2008, 2004. Das hilft uns ja heute nicht weiter, Frau Görung. Genau, das hilft uns jetzt gar nicht weiter. Das hilft uns natürlich weiter. Wissen Sie, warum ich ein Problem habe? Ich bitte Sie. Ich habe nicht, er hat das Land überfallen. Entschuldigung, wenn Sie angegriffen werden, wer mitmacht, ist das. Frau Görung, bitte antworten Sie einmal auf diese Frage, ganz einfach. Sie brauchen schon jemanden zu halten. Was soll der denn machen? Sie können in den Park gehen, heute Nacht, und werden überfallen. Sie werden überfallen. Ja, aber das sind ja die falschen Beispiele. Das ist genau das richtige Beispiel. Sie unterstellen der Ukraine, die Russen provoziert zu haben. Da wurde kaum drüber berichtet. Deswegen habe ich das eben gesagt. Ne, aber wissen Sie, was Sie gesagt haben? Frau Görung, bitte. Ich habe eben gesagt, dass wir hier mehr unter dem Grenzübertritt am 25. Januar. 24. Und das anstande ich überhaupt nicht. 24. Aber wenn man da, am 24. Entschuldigung. Aber wenn Sie nicht kontextualisieren wollen. Jetzt warten Sie schon wieder an, den Überfall zu rechtfertigen. Ich will überhaupt nichts rechtfertigen. Ich möchte das Blickfeld öffnen. Ich öffne Ihnen gerne mal das Sichtfeld, wie das ist. Und ich frage Sie jetzt nochmal. Wir gehen ja davon aus, wer muss denn was anbieten? Unsere Annahmen. Wir haben überhaupt nichts anzunehmen. Wie soll denn Europa aussehen 2030? Herzlich willkommen zu Klare Sicht. Ich freue mich heute besonders. Ich habe eine wunderbare Frau hier, die sehr stark und sehr mutig und vor allem sehr intelligent ist. Heute haben wir Ulrike Geroth zu Gast. Hallo Ulrike. Hallo. Schön, dass du dir Zeit genommen hast heute bei uns. Ja, ich freue mich auch. Du bist Politikwissenschaftlerin, Autorin, Publizistin. Du hast auch Geschichte und Philosophie studiert. Hast auch einen Professoren- und einen Doktortitel. Und bist im Moment, hast du eine Professur an der Uni Bonn für Europapolitik. Nur damit der Zuschauer auch weiß, mit wem wir es hier heute zu tun haben. Ich hatte mir dann gestern Abend überlegt, ja, was rede ich denn mit der Ulrike? Erstmal nochmal kann ich nur erwähnen, ich bin sehr erfreut. Weil ich finde, deine Arbeit, die du tust, für die Gesellschaft, vor allem in den letzten zwei, drei Jahren, ist außerordentlich. Und mein Konzept eigentlich für heute war, darüber zu sprechen und dir ein bisschen auch mal ein paar tiefere Fragen zu stellen zu den Thinktanks, in denen du überall warst. Weil da gibt es natürlich auch Kritik und man sagt ja, ja, die hat ja gut reden, die kommt ja vom, die war beim World Economic Forum, Marshall Fund, European Council and Foreign Affairs, überall, sie war ja überall drin in den dicken Thinktanks, ja. Aber ich wollte dir mal jetzt einfach die Gelegenheit auch geben, zu fragen, erstens, wie bist du überhaupt da reingekommen? Zweitens, wie bist du da wieder rausgekommen? Wenn das nicht schon für eine Stunde Stoff ist. Das reicht schon für viel Stoff, aber erstmal danke für die Vorstellung, ja. Und in der Tat ist es vielleicht wichtig, also ich bin jetzt 57 Jahre, vielleicht auch das zur Einschätzung, ja. Und natürlich ist klar, dass es sozusagen, wenn wir jetzt auch diskutieren, was hat sich verändert in der Gesellschaft, dass es irgendwie, ich sag mal, so ein Leben vor Corona und seit Corona gegeben hat, ja. Also man hat irgendwie vor Corona waren die Dinge ja doch mal anders, als sie jetzt sind. Und jetzt werde ich ja tatsächlich oft so eingeführt, dass ich so Karriere gemacht hätte, ja. Das ist doch deine Frage, wie bist du da reingekommen? Und die ehrlichste Antwort, zumindest am Anfang, ist durch Zufall, ja. Also das ist ja ein bisschen dieses, man war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und konnte was, ja. Also ich habe sehr früh schon einfach Französisch gelernt, ja. In den 80er Jahren deutsch-französische Beziehungen, damit konnte man sozusagen einen guten Berufseinstieg haben, weil das damals sehr wichtig war, Kohl und Mitterrand. Insofern war die Tatsache, dass ich mich damit befasst hatte, ich hatte meine Doktorarbeit geschrieben zur Europapolitik der französischen Sozialisten, bin ich mit dieser Doktorarbeit, dann konnte ich Französisch, kam ich dann so in den Bundestag, dann hatte ich die ersten so wissenschaftlichen Mitarbeiterpositionen, übrigens damals bei Karl Lamers, dem außenpolitischen Sprecher der CDU, der mit Wolfgang Schäuble zusammengearbeitet hat. Oder zum Beispiel, ich erinnere mich, dass Valéry Giscardistan, der war halt wichtiger Politiker in den 90er Jahren in Frankreich. Und wie auch immer, jedenfalls rutscht man da so rein und dann habe ich einen Franzosen geheiratet, zwei Kinder bekommen, in Paris gewohnt, nachher für Jacques Delors gearbeitet. Also es ist dann immer, ich hatte immer Freude an der Sache, ich glaube, das ist das eine. Ich hatte immer Freude. Ich fand immer, dass Europa ein wichtiges Thema war. Es war für mich eigentlich seit 30 Jahren ist Europa mein Lebensthema. Wie gestalten wir diesen Kontinent? Wie gestalten wir ihn, dass wir uns nicht mehr bekriegen? Wie gestalten wir ihn, dass diese Nationalstaaten irgendwie zusammenkommen? Wie gestalten wir ihn für die europäischen Bürgerinnen und Bürger, sodass nicht die einen Sozialversicherung haben und die anderen nicht? Also dass wir nicht so in der Bankenkrise da wieder so hässlich werden. Und der Rest ist dann, dass so eins zum anderen kommt. Man macht einen Job gut im Deutschen Bundestag, dann geht man halt nach Paris, aber weil man den letzten Job gut gemacht hat, gibt es irgendeine Empfehlung und auf einmal hat man in Paris einen Job und dann ist man bei Jacques Delors. Und weil man bei Jacques Delors ist und wieder gute Arbeit macht, kriegt man irgendwann mal ein Angebot von der amerikanischen Uni. Aber wie war das damals genau? Weil du sagtest, du kamst von einem zum anderen rüber, weil man natürlich durch Empfehlungen früher hieß es ja auch, ohne Kontakte kommt man nicht weiter. Vitamin B in der Negativvariante. Vitamin B-Beziehungen, vor allem in den 80er, 90ern wurde das sehr viel gesagt. Aber hast du denn damals schon mal versucht, irgendetwas stärker zu kritisieren zum Beispiel? Wahrscheinlich nicht, ja. Und das ist ja jetzt sozusagen, hat wahrscheinlich zwei oder drei Gründe. Der eine Grund ist, dass es damals ja auch nicht so viel zu kritisieren gab. Also wenn ich jetzt sozusagen zurückdenke an die 90er Jahre und wenn ich sage, für mich war Europa eine Herzensangelegenheit, dann würde ich eben aus heutiger Sicht sagen, dass man in den 90er Jahren oder vielleicht bis 2003 bis zur europäischen Verfassung eben auch ernsthaft an dem europäischen Projekt gearbeitet hat. Das heißt, alle im politischen System waren bemüht, Europa wirklich zu machen. Die CDU, die SPD, alle Parteien, eigentlich alle Länder. Europa war für alle das tragende Thema. Wir wollten den Euro, wir wollten den Binnenmarkt, wir wollten Schengen. Es wurde gemacht. Also insofern musste man auch gar nicht viel kritisieren, weil Europa sozusagen gut betreut war. Es ging wirklich voran. Wir hatten ja die drei großen Projekte, die Osterweitung 2004, den Euro 2002, die Europäische Verfassung 2003, die dann leider gescheitert ist. Für mich leider bis heute nicht aufgeholt. Aber für mich hat sich das damals so dargestellt, als werkeln wir alle an so einem großen, wie so Kölner Dom. Alle bauen irgendwie an so einem großen Gebäude und das nennt man Europäische Union oder Politische Union. Und da hatte ich dann so meine Rolle drin irgendwo. Aber bleiben wir mal bei dem einen Thema, also europäische Osterweiterung hattest du genannt. Ich bin ja auch aus Rumänien. Und da wird ja auch viel kritisiert, weil ich habe neulich auch in einem Gespräch versucht herauszukristallisieren, weil die Osterweiterung Europas ist ja gleichzeitig mit der Osterweiterung der NATO einhergegangen. Und wie hast du das damals, hast du das gar nicht beachtet? Oder das interessiert mich sehr, weil ich habe es schon immer kritisiert, also schon von vornherein. Mir hat zum Beispiel immer die Kultur gefehlt, die nicht eingebunden war in der Europapolitik. Naja, Europäische Gemeinschaft Kohle und Stahl fing es an 1950, in der Tat auch Atombehörde. Und dann irgendwann EWG, also Europäische Wirtschaftsunion. Und dann hat sich auf einmal die NATO da so mit rein und dann dachte ich, Moment mal, was passiert hier? Und wo bleibt die Kultur? Die reden immer von Werten, habe ich gesagt. Weil ich bin ja eigentlich, wir kennen uns jetzt noch nicht so gut, aber ich bin Sängerin. Das ist so 30 Jahre. Ich habe die ganze Welt bereist und tausende von Konzerten gegeben, haben natürlich die ganze Welt gesehen und mich mit vielen Menschen unterhalten, auf einer ganz anderen Ebene als du jetzt, auf einer ganz menschlichen Ebene und habe halt festgestellt, dass die Kultur also überhaupt nicht beinhaltet war, obwohl ich auch sehr gut Französisch spreche, weil ich hatte auch in den 80ern, ich bin 50 Jahre alt, ein bisschen jünger, auch eine Austauschfamilie in Frankreich und habe perfekt Französisch sprechen können. Und ich habe das auch geliebt, mich auszutauschen mit so vielen wie möglich. Aber habe halt gesehen, die reden immer hier von Werten und von Kultur. Aber wo bleibt der richtige Kulturaustausch? Das hat mir damals schon gefehlt, deswegen wollte ich sagen, was wäre denn passiert, wenn man damals schon angefangen hätte, auch von innen her zu kritisieren? Ja, also kann man das überhaupt so sagen? Natürlich kann man das sagen, ja. Also ich wollte ja so zwei oder drei Punkte machen, warum ich früher vielleicht noch nicht so kritisch war, ja. Der eine, weil aus heutiger Perspektive wir sehen, mindestens mal so bis, sagen wir mal 2002, 2003 die EU tatsächlich mit diesen großen Projekten funktioniert hat, ja. Der zweite, weil wenn man jung ist, ja, fühlt man sich ja wohl, wenn man sozusagen Anführungsstriche Karriere macht, ja. Es ist ja schön, wenn man sozusagen im Bundestag arbeiten darf. Es ist ja schön, wenn man dann nach Paris kommt. Es ist ja schön, wenn man eine erste Stelle bekommt, damals bei mir bei der Association for the Monetary Union of Europe, also der Assoziation für die Einführung des Euros, wo man tatsächlich dann auch reisen durfte, ja. Also ich hatte immer so Jobs, wo ich irgendwie, ich hatte zwar, ich war auch Mutter, ich bin Mutter von zwei Kindern, die sind jetzt 30, 28, zwei Söhne, ja. Die waren natürlich in den 90ern noch klein, also 91, 93 geboren. Aber dadurch, dass ich halt Europa gemacht hatte, hatte ich halt zum Beispiel auch immer diese Reisen. Das ist ja eigentlich, wenn man so 30 ist, so ein Geschenk, ne. Man darf heute mal nach Bukarest zum Beispiel, ja. Wunderschön übrigens, ja. Ich habe schöne Erinnerungen an Bukarest. Aber man, also Brüssel, Warschau, wie auch immer, diese Öffnung, ja, die für mich Europa bedeutet hat, weil ich eben auch von Europa über diesen Job ja viel geschenkt bekommen habe. Ich konnte es auch erleben, ja. Und insofern ist die zweite Antwort, warum ist man da vielleicht nicht so kritisch, muss man sich natürlich an die Nase fassen und sagen, ja, weil man selber davon profitiert, ja. Also das kann man ja nicht wegleugnen, dass man dann selber erstmal sozusagen im eigenen Leben das Gefühl hat, Europa ist toll. Ich sitze schon wieder im Flieger nach Brüssel, kann schon wieder irgendwas oder nach Prag eine Stadt sehen, ja. Und man hat sogar noch das Gefühl, dass man einen sinnhaften Job macht, weil man eben an einem Projekt arbeitet, ja. Und der dritte Grund, um jetzt mal auf diese Kultur zu kommen, ich sehe das genauso, ja. Also dass wir sozusagen das, was nachher institutionell gemacht wurde, also die Binnenmarkt, Euro, Verfassung versucht, sind natürlich sozusagen die politischen Dinge oder die institutionellen Sachen und die Kultur ist irgendwo auf der Strecke geblieben. Aber sozusagen der Wunsch war tatsächlich immer da. Es gibt ja dieses berühmte Zitat von Jean Monnet, wo dann jetzt heute gesagt wird, er hat das nie gesagt, ja, aber dieses Zitat steht eigentlich so in allen Schulbüchern drin, wenn ich Europa nochmal machen müsste, dann würde ich mit der Kultur anfangen, ja. Je commencerai avec la culture, ja. Und das ist so ein fliegender Satz, da weiß man nicht, ob er es richtig gesagt hat oder nicht, aber in den 90er Jahren, und das ist vielleicht schon wichtig für deine Frage, in den 90er Jahren, als wir ja 92 vielleicht auch nochmal für die Zuschauerinnen und Zuschauer den Maastrichter Vertrag gemacht haben, ja. Also Maastrichter Vertrag hieß ja Vertrag über die politische Union, Ever Closer Union, eine immer engere Union, das war ja das Ziel. Und da hat Jacques Delors, der Präsident der Europäischen Kommission, für den ich dann nachher arbeiten durfte, ich habe in den 90er Jahren für ihn gearbeitet, der hat gesagt, so, jetzt müssen wir das auch machen. Wir müssen die Schriftsteller auffordern, Texte über europäische Identität zu schreiben. Auffordern? Auffordern oder, ja, auffordern im Sinne von, könnt ihr euch was dazu ausdenken? Ja, also das wurde schon, also man muss schon sehen, das wurde das Europäische Hochschulinstitut gegründet in Florenz. Es gab ein Bemühen, eine Art europäische Denkstätte, also europäische Universität zu errichten. Aber funktioniert denn Kultur wirklich so? Nein, natürlich funktioniert Kultur nicht so über auffordern, du musst jetzt, ja. Also das wollte ich auch jetzt nicht, also. Ich finde es gut, dass wir darüber sprechen. Ehrlich gesagt finde ich das fantastisch, dass wir darüber sprechen. Weil die Kunst und die Kultur ist frei. Ja, natürlich ist die Kunst, genau. Sie ist frei. Und auch die Kooperationen sind frei. Ja, ich habe zum Beispiel Musik gemacht mit Russen, mit Amerikanern, mit Franzosen, mit Engländern. Genau. Weil wir sind, wir Künstler, ich rede jetzt mal wir, weil ich bin Künstlerin mein Leben lang und bin natürlich freie Journalistin seit acht Jahren, aber nur aus den Erfahrungen, die ich nun mal gemacht habe, ja. Und was ich erlebt habe, weil das eine ist immer Theorie, das andere ist die Praxis, ja. Das eine ist, wir wollen was bauen und das andere ist, ich baue etwas. Genau. Also ich will das überhaupt nicht bestreiten, sondern irgendwie eher nur sagen, es gab irgendwie beides, ja. Also ich bin die Letzte, die sagt, dass die Kunst nicht frei ist, ja. Und dass man der Kunst irgendwie so einen Auftrag geben kann oder so, obwohl es gibt natürlich auch Auftragskunst. Aber was Delors nur wollte, also für Jacques Delors, für den ich gearbeitet habe und für den ich wirklich, der ist ja jetzt leider sehr alt und auch sehr krank, ja. Und aber ich habe ihn halt einfach noch erlebt, ja. Und das muss man eben auch mal sagen, ja. Also die Leute, die zumindest in der ersten Generation Gründungsväter an Europa gebaut haben, so jemand wie Jacques Delors, der katholisch war, der Gewerkschafter war, der immer das soziale Europa im Blick hatte, das sind nicht auch, wie man immer nur sagt, da irgendwie so europäische Politiker gewesen, die da irgendwie was machen, ja. Also für Jacques Delors, da halte ich jetzt mal jeden Schutz über ihm, ja. Also man muss, das sind schon Menschen, die auch genau das sehen und das Gute meinen, ja. Und Delors hat eben gesehen, wir müssen die Wissenschaft fördern, die Kunst fördern und so weiter. Und ich erinnere mich, dass es in den 90er Jahren eben so Projekte gab, ja. Dass man zum Beispiel irgendwie so Calls gemacht hat, könnt ihr mal was über europäische Identität schreiben, ja. Und dann, na klar, wenn es dann irgendwie so Ausschreibungen gibt, ja, kann man eine Ausstellung dazu machen, kuratieren, irgendwie einen Text schreiben über europäische Identität. Dann gibt es natürlich auch irgendwann mal Texte, wo sich Leute überlegen, was soll das denn sein, europäische Identität. Also damit will ich nur sagen, dieser Kulturbereich war nie so ganz außen vor, ja. Der ist natürlich von der Philanthropie, also sozusagen von den Stiftungen, gibt ja auch die European Cultural Foundation, ja, die sitzt in Amsterdam. Da wird schon auch viel Geld dafür ausgegeben, dass man auf den Bühnen oder wie auch immer immer versucht, europäische Diskussionen zu machen oder Künstlerprojekte zu fördern mit einer europäischen Gedankenwelt, ja. Ja, ganz kurz, aber man muss auch dazu sagen, dass Frankreich natürlich, was Kultur anbetrifft, enorm viel mehr Input hat als in Deutschland. Ja, natürlich, ja, Filmförderung, genau, Filmfrancais, le Cinémafrancais, deswegen. Und auch die Sprache und alles da drumherum, das ist in Deutschland auch damals nicht so gewesen, dass die Kunst in Deutschland, wenn ich irgendwo hinkam in Deutschland und gesagt habe, ich bin Sängerin, war die erste Frage, kannst du davon leben? Ja. Und wenn ich in Russland ankam, hieß es, oh, grandios. Kannst du was singen? In China haben sie gesagt, oh, du bist gesegnet, ja. Also jeder hat da eine ganz andere Affirmation, wenn man da Kunst sagt. Nee, in Frankreich ist es natürlich das Land. Es ist ja auch nicht umsonst, dass ich einen Franzosen geheiratet habe, deswegen heiße ich ja auch Gero. Wahrscheinlich lebst du auch gerne. Ich bin inzwischen natürlich geschieden, ja, was heißt natürlich, aber ich bin geschieden inzwischen, aber meine Kinder leben noch in Paris. Ich habe zwei Jungs und die sind beide in Paris und deswegen bin ich natürlich oft in Paris, was eigentlich so meine, Frankreich ist mein zweites Land, ja, meine Söhne sind eben Deutsch-Franzosen und insofern habe ich mir so eine kleine europäische Familie auch zusammengebaut. Aber wir kommen gerne zur NATO zurück, weil das war so ein kleiner Ausflug in die Kultur. Und wenn wir jetzt sozusagen zur NATO zurückkommen, sind wir immer noch bei der Frage, warum war ich früher nicht so kritisch, wie ich heute bin. Den einen Grund habe ich gegeben, es gab nicht so viel Grund zur Kritik, ja, den zweiten habe ich gegeben, man ist natürlich am Anfang geschmeichelt, wenn man irgendwie eigentlich nur, wie soll ich sagen, ein schönes, interessantes Leben hat und profitiert, ja. Und das ist auch etwas, was man aber in jungen Jahren auch nicht so realisiert, ja. Also wer stellt sich eigentlich jeden Tag schon selber in Frage, so nach dem Motto, wenn ich jetzt da morgens irgendwie nach Brüssel fahre auf die Konferenz, ist das eigentlich irgendwie ein Problem für jemanden oder arbeite ich dann an irgendwas mit, warum bin ich hier nicht so kritisch? Also wer macht das schon jeden Morgen beim Zähneputzen, sondern eigentlich wacht man ja auf und denkt sich, boah, ich habe einen Job, ich werde dafür bezahlt, mein Job ist gut, so, ja. Und das ist eher erst in späteren Lebensphasen, wo man sich dann tatsächlich klar macht, dass man vielleicht tatsächlich so einem Narrativ gefolgt ist, was man anders hätte durchleuchten können, ja, das wollte ich nur sagen. Aber der dritte Grund zu dieser Kritik, ja, ist dann tatsächlich, und deswegen war das Stichwort NATO, hat mich sofort aufzucken lassen. Es fing tatsächlich an um 2004 mit dieser Osterweiterung, die ich immer begrüßt habe, ja. Also ich war immer der Meinung, dass Prag, Budapest, Bukarest, Warschau, dass diese Städte zu Europa gehören. Das ist gar keine Frage, ja, dass sozusagen Europa immer ganz und geeint war. Also auch wenn man sich zum Beispiel die jüngsten Manifeste anguckt, noch im Zweiten Weltkrieg geschrieben, Manifest von Ventotene, 1941 von den italienischen Antifaschisten geschrieben, auf dieser Insel Ventotene, ja. Da ist selbstverständlich davon ausgegangen worden, dass die Tschechen, die Ungarn, wer auch immer, die Rumänen, die Polen zu Europa gehören. Das war ja noch vor 1941, noch vor der Teilung. Was ich damit sagen will, ist, insofern habe ich die Osterweiterung begrüßt, weil es einfach so schön war, dass man endlich mal in diese Städte fahren konnte. Ich weiß noch, dass als die Mauer aufgingen, natürlich alle nach Berlin, klar, ja, aber meine zweite Stadt war Budapest. Ich war eine der Ersten, wenn 1990 dann in Budapest war und habe nur gedacht, boah, ist das schön, ja. Romantisch in der Donau. Paris, die Perle des Ostens und so weiter. Wie auch immer, Prag, ja, ein Gedicht vor allen Dingen 1990, als es noch nicht so touristisch war. Insofern gehörte die Osterweiterung für mich tatsächlich zu diesem kulturellen Reichtum, ja, also dass wir den ganzen kulturellen Reichtum Europas in dieses Projekt Everclosure Union reinholen. Und es stimmt, dass genau wie du, ich dann so ab 2002, 2003, 2004, als ich, sage ich gleich, was auch schon bei diesen Thinktanks war, dass es mich sehr gestört hat, dass diese Diskussion über den Ost, also den Beitritt dieser osteuropäischen Staaten zu Europa immer überschattet war von NATO, NATO, NATO. Ja, und dass die Amerikaner, die US-Amerikaner, sagen wir mal, tatsächlich auch mit viel Geld und mit viel Werfe in diese Länder gegangen sind, um die Eliten im Prinzip, sagen wir mal, NATO-freundlich zu machen. Ja, also das wollten die natürlich auch selber, muss man auch sagen. Die sind ja sozusagen rausgewachsen aus der Sowjetunion. Insofern war Russland immer für die, oder die Sowjetunion immer die Bedrohung. Das heißt, viele dieser Staaten hatten ein originäres Sicherheitsbedürfnis, vor allem die Polen, Tschechien, Ungarn, ja, wir wissen das ja alles, ungarischer Aufstand, 56, Solidarność, 78, Prag, 68, war es 68, ja genau, Milan Kundera, die großen Romane, ja, so. Und insofern ist das ja real, dass diese Länder ein großes Sicherheitsbedürfnis hatten. Und dieses Sicherheitsbedürfnis, das will ich nur sagen, das haben die nicht gekoppelt an Europa und an die EU, sondern das Sicherheitsbedürfnis wurde gekoppelt an die NATO und an die Amerikaner. Und insofern gab es so eine parallele Geschichte, die da lautet, wir kommen jetzt in die NATO für die Sicherheit und wir kommen in die EU für den Rest. Und der Rest war natürlich einerseits das Geld, das ganze Geld für die Osterweiterung, die Transformation der Gesellschaft und so weiter. Aber es stimmt schon, dass ich mich daran erinnere, in diesen Jahren, 2002, 2003, 2004, wo ich dann tatsächlich oft in Prag oder in Warschau war, um diese Dinge zu diskutieren, auch mit Amerikanern zu diskutieren. Und ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich, ich war es 2002, 2003, 2004, das weiß ich nicht, aber mal in Prag gesessen habe beim Europäum, so ein Institut da, da war Robert Kagan, das war ein bekannter Amerikaner, ja, und mich mit dem tatsächlich, ich sage mal, gefetzt habe, ja, weil der natürlich immer mit hier NATO, NATO. Und ich sage, nee, es geht jetzt hier nicht nur um NATO, ja, es geht jetzt um die European Union, we are speaking in Prag, wir sitzen hier in Prag. Und erstens, zweitens, drittens, es geht auch um die EU. Also wie ich tatsächlich, na sagen wir mal, das Spannungsverhältnis, ja, schon beäugt habe, ja. Und damit will ich ja gar nicht sagen, dass das Spannungsverhältnis ein schlechtes Spannungsverhältnis ist. Es ist ja komplementär, Sicherheit und Europa, aber man konnte es schon merken, ja. Und natürlich war immer die Frage so im Raum, bist du jetzt eigentlich irgendwie mehr NATO oder mehr EU? Und ich erinnere mich tatsächlich an eine Diskussion wiederum in Amerika beim European Enterprise Institute, ja, wo ich wiederum mit Radek dann auf dem Panel gesessen habe. Man hat diese Sachen ja immer diskutiert, ja, und wo der Radek dann, oh, NATO first, NATO is so important und so weiter. Und ich so, Radek, yes, but the EU is also important. Es geht auch um die EU und das Geld wird Polen von der EU bekommen und so weiter. Also ich habe schon dann zum Beispiel in diesem Zeitraum meines Lebens, sage ich mal, so ein bisschen nach vorne schon auch gelernt, so offensivere Argumente zu machen, ja. Also man wird ja ein bisschen älter, man überblickt dann auch bestimmte Diskussionen einfach besser und verortet sich anders. Und in dem Moment, wo die Selbstverortung einfach mal greift, ja, in dem Moment ist man ja viel besser in der Lage zu sagen, ja, was will denn der und der und wo stehst du, ja. Und dann ist man, glaube ich, ein bisschen auf dem Weg aus so Abhängigkeitsstrukturen oder auch aus Erzählungen selber rauszurutschen. Also das ist so der Moment bei mir, glaube ich, gewesen, so Anfang der Nullerjahre, wo ich angefangen habe, so ein bisschen rauszukommen aus der, sagen wir mal, ersten Phase meines karriereberuflichen Einstiegs, wo man eigentlich nur alles so aufgesogen hat, boah, ist das schön, ich bin in Paris bei Delores, das ist irgendwie toll. Ja, das ist so ein bisschen, das macht, also ich kenne das von meiner musikalischen Karriere sozusagen, die ich aber auch selbst in die Hand genommen habe, weil ich schon damals gesehen habe, dass die großen Plattenfirmen, ich war ja auch jung, Anfang 20 und habe natürlich alle Plattenfirmen abgeklappert und habe aber gesehen, wie viel Dreck dahinter ist, ja. MeToo spricht ja immer nur von Dingen, die vor 20, 30 Jahren waren, so gut wie. Und da habe ich auch solche Anträge bekommen und da hieß es auch, oh, dein Lied ist super, aber wir nehmen eine schwarze Sängerin. Und da habe ich gesagt, Moment mal, was stimmt denn hier nicht? Und da war ich recht jung. Und dann, als ich auf Reisen gegangen bin, habe ich natürlich wirklich O-Töne der Menschen getroffen, weil ich war viel in der Ukraine, ich war 18 Jahre in Russland, habe dort über 800 Konzerte gegeben. Und dann natürlich spricht man da mit Menschen, mit reichen Menschen, aber auch mit ganz normalen Menschen, die gar nichts haben, ja, oder ganz normal leben. Und auch aus dem Donetsk und auch aus Lugansk. Ich habe sogar privat mit meinem Handy, weil mich jemand geschminkt hatte, aus dem Donetsk zum Beispiel, 2015 hatte ich ein Mädchen, die hat mich geschminkt. Und da habe ich gesagt, was machst du hier? Weil ich war in Sochi. Und sie hat gesagt, du, ich bin geflohen, die haben da uns bombardiert. Und dann sage ich, wer hat dich denn da bombardiert? Oder was passiert denn da? Und da habe ich einfach aus erster Hand Sachen erfahren. Und wenn ich dann immer wieder zurückkam und dann im deutschen Fernsehen Berichte gesehen habe, habe ich gesagt, nein, das stimmt einfach nicht. Und ich meine, man muss auch dazu sagen, dass so gut wie 99 Prozent der deutschen Bürger noch nie in Russland waren. Das heißt, alles, was sie über Russland erfahren, ist über das Radio, über die Zeitung, über die... Aber das ist ja der alte Spruch, wenn du die Zeitung liest, erfährst du nicht, was in der Welt passiert, sondern was in der Zeitung steht. Das ist ja mal ein Unterschied. Und dann ist halt immer die Frage, deswegen ist ja sowieso als Politikwissenschaftlerin sowieso immer die erste Frage, wem gehört denn die Zeitung? Also warum mehr, wem gehört denn die Zeitung? Aber übrigens, hier steht ja Bloomberg, Michael Bloomberg, der hat bei der Johns Hopkins University, wo du ja auch warst, der hat jetzt 1,8 Milliarden 2018 gespendet und ist jetzt dieses Jahr zum Vorsitzenden des Defense Innovation Board ernannt worden. Und dann muss ich sagen, wow, was für Verknickung. Was für Verknickung, aber wollen wir mal ein bisschen sortieren. Also ich war nicht bei der Johns Hopkins University im engeren Sinne, sondern an der Paul N. Neetze School for Advanced International Studies. Das ist sozusagen so eine Unterschule, die war auch in Washington, weil die Hopkins Universities in Baltimore, ich war in Washington und die Paul N. Neetze School ist eine Advanced School for International, also für internationale Studien, eigentlich eine der ehrenvollsten amerikanischen Universitäten für internationale Beziehungen. Und da bekam ich 1998 einen Lehrauftrag, warum? Für European Studies, ja, weil die Amerikaner gucken sich ja immer um, was interessiert uns in der Welt, Europa, Asien und so weiter. Und die Amerikaner haben, ich sage mal im Gegensatz zu Europa, die Attitüde, gute Leute einzukaufen. Ja, wenn die irgendwie sagen, Europa interessiert uns, wer hat denn da Ahnung von Europa? Dann kaufen die sich einfach gute Leute ein, ja, was ja eigentlich auch intelligent ist, wenn ich was machen, wissen will. Und weil ich für Jacques Delors gearbeitet hatte und weil ich tatsächlich Deutschland und Frankreich kannte und mehrsprachig war und so weiter, kriegte ich dann 1998 eine Stelle an der Johns Hopkins University, also aber am, wie heißt das, an diesem Institute for Advanced International Studies, das wiederum angebunden war an die Johns Hopkins University. Und da war ich dann ein gutes Jahr in Amerika, habe da Kurse gemacht. Und das hat mich auch sehr viel gelehrt, ja, wir kommen gleich nochmal zu den Verwicklungen und so weiter. Ich konnte leider nicht lange, habe ich kein Problem, das zu sagen, in diese Zeit fiel meine Scheidung, ja, und dann die Kinder in Paris und das war alles irgendwie, wie auch immer, ich musste den Job absagen und zurück nach Europa, weil... Ich finde es aber auch gut, dass du hier mal auch die Möglichkeit hast, genau diese Dinge zu besprechen, weil irgendwie kommt es mir so vor, als ob du von zwei Seiten attackiert wirst, ja. Einmal von der Mainstream-Seite, die sagen, oh, die Ulrike Gero ist aber unbequem und dann auch von der anderen Seite, der Blase der Leute, die sehr viel kritisieren, die sagen, ja, guck doch mal, die kommt doch aus den Thinktanks. Bleiben wir da mal, also jedenfalls konnte ich nicht lange in Washington bleiben, was eigentlich schade, aber vielleicht kleine frauliche oder weibliche feministische emanzipierte Einlage. Es lag natürlich daran, dass mein Mann nicht mit mir beruflich nach Washington kommen wollte, ne. Also Frauen gehen ja immer für Männer mit, wenn der Mann die Stelle wegfällt. Das war der Grund, ja, das war der Hauptgrund. Das war einer der entscheidenden Gründe, ja, also das ist ja nicht so einfach, ne, wie auch immer, jedenfalls bin ich dann zurück. Also seine Karriere war über deiner Karriere, oder? Die klassischen Beziehungsdinger da, da bin ich ja jetzt nicht das einzige Pärchen, die da irgendwie rumstrugglen, ziehst du mir hinterher, ziehe ich dir hinterher und so weiter, ja, wie auch immer, gehe ich zurück. Aber was ich sagen wollte, ist, ich habe in Washington natürlich viel gelernt, zum Beispiel einfach, dass in Washington wahnsinnig viel entschieden wird von Dingen, von denen wir in Europa glauben, dass sie in Europa entschieden werden, ja, also eine kleine Anekdote ist, wann war ich denn da in Washington, 98, 99, ja, und da ging es schon wieder um die Türkei natürlich auch. Es ging immer noch irgendwie um Öcalan und die Kurden, die PKK, wie auch immer. Und dann ging es darum, wird der jetzt freigelassen, was auch immer, ja, und dann weiß ich aber nur noch, egal was jetzt mit Öcalan passiert ist, dass ich ganz naiv gefragt habe, Why is this an American business? It's Turkey, ja, so. Gute Frage. Gute Frage. Da war ich ja noch jung und naiv, ja, also so irgendwie 27 oder was, oder 30, I don't know. Und dann war die Antwort von diesem Amerikaner, because that's decided in Washington, wouldn't you know, ja. Und das war für mich, das weiß ich noch, dass ich bei diesem Dinner irgendwie dachte, wieso ist denn das ja, wieso wird denn das in Washington entschieden, ja. Und insofern war für mich dieses Jahr in Amerika, wo ja sowieso die Amerikaner mit den Händen in den Hosentaschen immer so ein Tick souveräner sind als jeder in Europa, ne, so Washington sowieso, große Blase Washington, war für mich insofern lehrreich, dass ich das zum Beispiel mal gelernt habe, ja. Also wer entscheidet, also Global Decision Making, ja, und wie viel davon eigentlich in Washington stattfindet, ja. Und das war mir so nicht klar. Ich dachte, also, dass die Amerikaner auf gut Deutsch oder die US-Regierung nicht die Amerikaner, ich bin total amerikafreundlich, um das zu sagen, ja, ich bin das Land rauf und runter gereist, es gibt fast keine amerikanische Stadt, die ich nicht kenne, habe wahnsinnig viele Freunde, es sind genauso nette Menschen wie überall anders, ja, also wir reden jetzt immer von der US-Regierung, die bestimmte Interessen hat und den Amerikanern, also ich mache hier keinen Anti-Amerikanismus, das möchte ich nur mal sagen, ja. Gibt super entspannte Leute in Texas oder in... Ja, also wir bei Infrarot sind sowieso international ausgestellt, also wir haben mit sowas gar keine Probleme. Ich wollte das nur mal sagen, nur, dass mir das nicht schon wieder irgendwie in dem nächsten Loop als irgendwie was ausgelegt wird, aber... Wir lieben die Menschen dieser Welt. Genau, jedenfalls, aber dieses Erfahren einfach, wie sehr die Amerikaner in fast jede Weltregion politisch reingrätschen, ja. Ja, dann erzähle ich dir auch eine kleine Geschichte, weil ich war 1995, hatte ich ein bisschen Geld übrig und mit zwei Freunden habe ich gesagt, komm, wir gehen mal nach Rumänien und machen einen Dokumentarfilm, weil man hört seit Jahren nichts, seit der Wende hatte man nichts mehr gehört von Rumänien, ja. Außer Ceaușescu live im... Ja, das hatte mich sehr gewundert damals, dass man so eine Ermordung im Fernsehen zeigt. Ja, im französischen Fernsehen. Überall, auf der Welt. Aber die Franzosen, die näher dran sind, ich war nämlich in Paris da, jung verheiratet, das war ja über Weihnachten, ja. Und ich erinnere mich an dieses legendäre... 25. Dezember. ...sozusagen fast noch beim Weihnachtsessen, ja, wie man sozusagen Ceaușescu live die Schießereien... Und die Frau auch. Genau, wie man das verfolgt hat, ja. 95 war ich, also da hatte 2000 Mark, ja, und habe gesagt, komm Jungs, ich habe nichts mehr gelesen über Rumänien, was ist denn da los? Und dann sind wir in die Krankenhäuser und haben alle möglichen Leute interviewt, das habe ich noch auf VHS, also es ist nie ausgestrahlt worden, aber ich müsste das mal rauskramen, weil es war der 15. August und wir sind da ans Meer gefahren, weil Maria Himmelfahrt, also Maria ist die Schutzpatronin der Meere und dann fahren immer alle Schiffe auf, das wusste ich, also gehen wir ans Meer. Und was habe ich gesehen? Fast eine Mauer voller weiß uniformierten Amerikaner, ja, die hier für die Marines oder wie die heißen, die für die Wasser zuständig sind, da habe ich gesagt, fast zum Kuckuck machen so viele Amerikaner bei uns in Konstanza am Schwarzen Meer. Das hatte mich gewundert, weil ich die ja vorher nie dort gesehen habe. Und dann hatte ich das Glück, ich bin dann ins Militärhotel gegangen, habe gesagt, ich möchte mit irgendeinem reden. Ich bin, ehrlich gesagt, bekennende Pazifistin und habe keinerlei Ahnung, was diese Grade und Sterne bedeuten und bin einfach ins Hotel und habe aus Versehen ein Admiral getroffen. Admiral Catwell letter from the United States of America. Und ich so, ach wunderbar, hier Verbündete, den frage ich jetzt mal, was er hier macht. Ein Admiral, es gibt anscheinend, ich habe mich dann erkundigt, nur sieben Admirele weltweit. Und dann sagt er so Dinge wie, we try to bring democracy to Romania. Ja, wir bringen Demokratie nach Rumänien. Kids will watch MTV and McDonalds will come over here. Und ich dachte, alter Schwede, Moment mal, er redet über MTV, ein Admiral, ja, okay. Und dann über McDonalds, das Ganze, und er meinte, ja, ein paar Joint Venture, Zusammenarbeit und so, aber mehr auf mehr ist er nicht eingegangen. Cultural Hegemony. Mehr auf mehr ist er nicht eingegangen. Bis ich hinterher erfahren habe, dass im Grunde die Abwehrraketen schon geplant waren. Und da muss ich sagen, da war ich so enttäuscht. Ich habe ja diesen Film nie veröffentlicht. Das sind O-Töne, die ich aber immer noch im Besitz habe. Aber die waren schon weit vor der EU da drin. Und es gab eine Krise auch damals, weil sie haben Gelder von beiden, das hast du kurz angesprochen, von beiden Gelder angenommen. Einmal von der NATO, einmal von der EU. Und dann haben sie gesagt, ja, Moment mal, ihr Rumänien nehmt hier Geld von allen, was soll das heißen? Und Rumänien war ja dann, als die beiden exekutiert wurden, schuldenfrei. Also nicht nur, ja. Und jetzt sind sie extrem verschuldet. Ja, ja. Was hat also die EU in vielen, weil du gesagt hast, also ich verstehe deinen Ansatz, dass, ich glaube aber ehrlich gesagt, dass die Menschen in Europa sich immer als Europäer gefühlt haben. Genau, aber jetzt müssen wir, wir müssen jetzt mal auch, dass es für die Zuschauerinnen, Zuschauer nachvollziehbar bleibt, einfach zwei Sachen trennen. Europa als kulturelle Einheit, wo die Menschen im Prinzip von Rumänien bis Bresda in Frankreich gleich leben, gleiche Agrarstrukturen seit dem Mittelalter, wie auch immer. Ja, verschiedene Sprachen, aber sonst ziemlich gleich. Also das bäuerliche Leben in Europa war bis, sagen wir mal 1890 oder so, praktisch gleich. Ja, so. Dann reden wir jetzt von dieser EU, ja, die ein politisches Projekt ist. Und das politische Projekt wurde natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, nie wieder Krieg und so weiter, Kohle und Stahl, Evercloser Union vorangetrieben. Und jetzt reden wir über mich mit der Fragestellung, wann bist du kritisch geworden? Ja, also das, was ich eben erzählt habe, war, ich wachse da so hinein, Jahrgang 64, in diese Erzählung als 20-Jährige, wo mir als in den 1980er-Jahren gesagt wird, Kohle, Mitterrand, Helmut Kohl, Delors, wir bauen ein Europa. Das fand ich toll. Ja, natürlich. Das Projekt ist für Verständigung, für Kultur, für Völkeraussöhnung und so weiter. Und in diesem Projekt bin ich aufgegangen, das habe ich eben schon erzählt, ja. Insofern gibt es da erstmal keinen Anlass für Kritik. Und das, was dann eben eine Zeit lang gedauert hat, ist erstmal klarzukriegen, dass über Zeit dieses Projekt an Werbe verloren hat. Also sozusagen das Bauen an der Kathedrale EU, um es mal so zu nennen, ja. Irgendwann kam die EU eben in Schwierigkeiten, da war es dann halt nicht mehr so toll, dann ist die Verfassung gescheitert, dann waren die Dinge einfach, die Franzosen stimmen mit Nein, es wird auf einmal schwierig, ja. Das Engagement lässt nach und dann wird das alles mühselig und dann will da keiner mehr mitmachen, ne. So wie die Leute an der Kathedrale, die gerade wächst, wollen alle teilhaben und wenn es aber nicht geht, dann sind auch alle wieder schnell weg, ja. Das war natürlich dann so, nachdem die drei Projekte, also Enlargement, Euro und Verfassung dann gescheitert ist, gab es eben so eine Delle. Und dann ist natürlich richtig, was du beschreibst mit, die Amerikaner waren schon 95 in Bukarest und was ich erzählt habe, dass ich da in Washington gelernt habe, die Amerikaner sind ja irgendwie überall, haben überall Interessen und sind überall. Ja, also ich habe natürlich auch eine Zeit gebraucht, dass das so ist, ja. Und dann habe ich aber vor allen Dingen noch eine Zeit gebraucht, um festzustellen, dass das vielleicht nicht immer gut ist, ja. Weil am Anfang kann man ja auch immer sagen, ist ja toll, jetzt kommen diese ganzen Länder, die NATO, wunderbar, die werden jetzt frei, die werden jetzt demokratisch, die kriegen Transformation, Hilfe und so weiter, ja. Also es ist ja immer, also die, ich glaube, das, was ich jetzt sagen will, ist, das eine ist das, was passiert, ja. Das andere ist die Bewertung dessen, was passiert, ja. Das, was passiert, ist sozusagen immer das Gleiche, aber man kann es eben verschieden bewerten. Und ich glaube, das, was ich geändert habe, vor allen Dingen halt in den letzten Jahren immer mehr, ist die Bewertung der Geschehnisse, ja. Also ich hatte einfach vorher eine, wenn man aus heutiger Sicht so will, naivere oder vielleicht auch idealistischere Bewertung der Dinge, weil ich an die Dinge geglaubt habe, an Europa, daran, dass das System arbeitet, daran, dass wir ein soziales Europa bekommen und so weiter und so weiter. Und um jetzt mal ein bisschen nach vorne zu springen, damit wir in der Chronologie mal vielleicht im Heute ankommen, ja, aber mein eigener Moment, wo ich gesagt habe, nee, jetzt falle ich wirklich vom Glauben ab, ja, dieser Moment war eigentlich die Bankenkrise. Ich war ja Europa-Expertin, kannte mich sehr aus mit allen möglichen Sachen und als dann mir sozusagen 2007, 8, 9 fing das an und amerikanische Real Estates-Kreditklemme in Amerika schwappt von Amerika über Spanien zu den Landesbanken, wird ein Riesenchaos, ja, und als mir dann erzählt wurde, dass sozusagen eine amerikanische Kreditklemme eine Euro-Krise sein soll, ja, also sozusagen, oder dass eine Bankenkrise umgedeutet wird zur Euro-Krise, wo der Euro echt mal kein Problem hatte, ja. Der Euro war stabil in der Inflation, und der Euro hat uns ja durch die Krise gerettet, ja. Wir hatten eine Bankenkrise, die sozusagen getaggt wurde als Euro-Krise, ja, also eine Umdeutung. Die Banken waren natürlich schuld, aber wen haben wir zum Schuldigen gemacht? Die Griechen, ja. Natürlich waren es die bösen Griechen, ja. Und dann ging das ja los hier mit diesem Nationalismus. Die faulen Griechen, die tollen Deutschen, ja, die faulen Italiener, die wahren Finnen, ja, der Norden gegen den Süden und so weiter. Und das war für mich ein Moment, das weiß ich noch genau, es hat mich entsetzt, ja. Ich war 2014, war ich so um, kurz vor 50, und habe gesagt, das kann nicht sein. Du hast jetzt 25 Jahre lang an einem Europa der Kultur, der sozialen Zusammenarbeit, politischen Verständigung und so weiter, Städtepartnerschaften, keine Ahnung, was haben wir alles gemacht, geschrieben und so weiter. Und jetzt kommt eine Bankenkrise raus, wo man mir erzählen will, dass die Griechen morgen rausgeschmissen werden müssen. PIX, erinnern Sie sich, erinnern Sie dich? PIX, die Schweine, ja, Portugal, Italien, Griechenland, Spanien. Ich so, was ist denn hier? Unglaubt, ja. Und das war für mich wirklich so ein, weißt du, wie man so, so ein Awakening Moment, wo ich gedacht habe, was soll hier passieren? Ja, und dann kamen die Troika, dann wurden die Schuldenbremse, dann wurden diese Südländer, wurden ja wirklich eigentlich platt gemacht, ja. Und eigentlich war das auch mein Moment, wo ich gesagt habe, ich muss mal die Seite wechseln. Also Seite wechseln im Sinne von, ich kann der Erzählung, dass das jetzt alles gut ist und dass das alles so sein muss und dass immer noch das das EU-Projekt für Frieden und so weiter ist, die Erzählung kann ich nicht mehr glauben, ja. Und insofern war das eigentlich mein Sprung, wenn man das so aus heutiger Sicht so bezeichnen möchte, raus aus dem System, sagen wir mal, ja. Weil ich tatsächlich früher, um jetzt mal diese Kritik auch aufzufangen, ich sehe das auch, dass ich so gerade sozusagen den Dolch schon in den Rücken bekomme. Ja, von allen Seiten. Also von allen Seiten, wo man denkt, um Gottes Willen, ja, was soll denn das? Ich habe mich auch, da muss ich sagen, tatsächlich sehr geärgert, weil ich habe jetzt in den letzten zwei Jahren viel gearbeitet, einiges riskiert, mir den einen oder anderen Shitstorm, sagen wir mal, auf mich genommen. Das war ja alles nicht schön und nicht entspannt, ja. Und ich habe das ja jetzt auch nicht gemacht, irgendwie aus so einer Motivation heraus, dass ich mich dafür feiern lassen will oder so. Das ist einfach so passiert, ja. Aber als ich dann vor kurzem tatsächlich auch in verschiedenen Kanälen so sehen musste oder mir das, ich habe das gar nicht selber gesehen, es wurde dann an mich herangetragen, sag mal, weißt du eigentlich, dass jetzt auf bestimmten Kanälen zirkuliert, du warst bei der WUS beim Work Economic Forum und so und du bist eigentlich so eine Marta Hari-Doppelagentin, so ungefähr, ja. Gatekeeper. Ja, du tust so aber oder wie sagt man heute, staged opposition oder so. Da habe ich nur gesagt, Leute, 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 also jetzt wird es wirklich echt gaga, ja. Und es hat mich sehr getroffen, es hat mich wirklich getroffen, weil ich gedacht habe, ich bin überhaupt nicht so taktisch, um jetzt noch mitzudenken, was ich nicht erzählen darf, damit nicht irgendjemand noch vielleicht denken könnte, dass um drei Ecken und so weiter ich die und die Intention habe. Das sind echt nicht meine Baustellen. Aber was ich vor allen Dingen sagen möchte ist, es gab ja ein Leben, vor Corona. Und es gab ja vor Corona oder so, sagen wir mal vor Bankenkrise, ja, wo sowieso mein Heretikertum eigentlich angefangen hat, also wo ich sozusagen auf die kritische Seite der Equation gewechselt habe, kann ich gleich was zu sagen. Aber in diesem Leben vor Corona, wo man einfach mal, sagen wir mal, gut ist oder eingeladen wird, weil man kompetent ist oder verschiedene Bücher hat und weil man eben zu diesen Panels eingeladen wird, gab es ja auch keinen Grund, nicht zur Münchner Sicherheitskonferenz zu gehen oder nicht zu Davos zu gehen oder nicht zu Digi-Park-Conferences zu gehen. Ich war bei all diesen Brookings, wie auch immer, also ich habe sehr viel Zeit auf diesen Konferenzen, die ja die europäischen Foren gewesen sind. Da hat man ja alle Informationen bekommen, da hat man alle Leute gesehen. Espen, ja, Espen-Dialog. Dann ist man da nach Rom und dann saßen da die 50 Europäer, die man natürlich alle kannte. Das ist natürlich eine Diskurskoalition. Dann kennt man die Polen, die Italiener, die Tschechen. Und was passiert da? Kaffee trinken, sag mal, was ist denn gerade los bei euch in Prag und wechselt bei euch die Regierung? Was machten ihr mit Europa? Wieso haben die Franzosen mit Nein gestimmt? Wie kommt ihr durch die Bankenkrise? Also das wurde ja diskutiert. Das war ja gut dabei. Also du machst mich wirklich glücklich, muss ich dir jetzt mal ehrlich sagen, mit dem, was du jetzt sagst, und da bin ich jetzt ganz offen, machst du mich wirklich glücklich. Und ich kann dir genau sagen, warum. Weil mir persönlich, also ich bin ja eher, sagen wir mal, freie Journalistin, mich würde kein ZDF nehmen, okay? Auch wenn ich noch so viel weiß. Das weiß ich von vornherein, weil alle, die ich jemals angefragt habe, die aus dem Mainstream kommen oder auch Politiker, die in der Regierung sind, haben noch nie mit mir sprechen wollen. Das weiß ich auch, warum. Aber mich machst du glücklich, weil die andere Seite geht mir nämlich auch selber auf die Nerven. Das heißt, die anderen, die ja so gut Bescheid wissen, dass der Europagedanke eigentlich ja schon von der panneuropäischen Kalergi-Familie und so weiter stammt, die ja wirklich, das ist die andere Seite. Das ist der freie Journalismus, der wirklich kramt bis in tausende von Jahren zurück. Und ich weiß das auch. Ich weiß beide, ich kenne beide Seiten. Ich kenne beide, versuche mir so viel anzulesen, wie nur möglich. Und ich finde es ein Unding, und das sage ich jetzt mal hier wirklich, weil deswegen bin ich so glücklich, ein Unding, dass sowohl von der Seite geschossen wird auf Menschen, die versuchen, aus der anderen Seite ein bisschen Licht reinzubauen. So genau. Aber das ist ja genau der Punkt. Danke dafür. Ja, das empfinde ich nämlich genauso, weil am Ende des Tages ist es tatsächlich immer Mephistopheles. Ich bin der Geist, der stets verneint und doch das Gute schafft. Das heißt, wir wissen doch, dass es immer irgendwelche Leute mit Interessen gibt, die eine bestimmte Agenda pushen wollen und so weiter. Aber auf der anderen Seite kann man eben nicht negieren, zurück zu Jacques Delors oder so, oder Jean-Claude Juncker, auf den ich auch nichts kommen lassen würde, dass es ganz viele Leute gibt, die tatsächlich ganz real und ganz idealistisch immer noch sagen, selbst wenn die Amerikaner da reingrätschen, selbst wenn es dunkle Interessen gibt, selbst wenn es irgendwie Machtinteressen gibt oder die Stahlindustrie was verdienen will oder die Rüstungsindustrie was verdienen will oder irgendwelche Diskurskoalitionen, was auch immer, ausgebreitet werden, damit A und B passiert. Das passiert ja immer. Heißt ja nicht, dass es auf der anderen Seite und zwar in jeder Generation neu immer wieder neue junge Leute gibt, die an Europa bauen und dass es gut ist, an Europa zu bauen und dass es gut ist, da immer weiter dran zu glauben. Das ist doch der Mythos von Sisyphus, ja. Ich schiebe diesen Stein nach oben und kurz bevor er oben ist, rollt er wieder runter. Aber Camus hat uns doch gesagt, Sisyphus est très un homme heureux. Ja, Sisyphus war ein glücklicher Mensch. Also natürlich gibt es Leute, die mehr Macht haben, ihre Interessen durchzusetzen, die mehr Deutungshoheit haben, einfach weil ihnen Zeitungen gehören, also die schon dafür mehr sorgen können, was die Leute jetzt bitte lesen sollen und dann bitte auch glauben sollen. Ja, das kann ich schon unterscheiden. Aber grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass jeder Bienenzüchterverein Interesse hat, seine Interessen lokal durchzusetzen und genau in der Lokalzeitung versuchen wird, dass über den Verein das steht, was da stehen soll. Ja, also ich möchte ein bisschen aus der Diabolisierung raus, dass wir es da lassen, wo es ist. Natürlich gibt es Interessen, aber es gibt auch das Gute und sonst hätte ich ja nicht weitergemacht. Also wenn ich nicht sozusagen lange Jahre immer geglaubt hätte, dass an dem Projekt Europa, nicht an der EU, aber an dem Projekt Europa nichts Schlechtes ist und dass immer, wenn der Stein wieder runterfällt, wir wieder gucken müssen, dass er wieder nach oben kommt, dann säße ich ja nicht hier. Und in der Tat, um da jetzt den Schlenker zu machen, kann man wahrscheinlich sagen, dass mit der Bankenkrise, wo ich dann zum ersten Mal so richtig aus dem Diskurs oder aus dem System rausgesprungen bin, ich tatsächlich immer kritischer wurde. Ich aber auch immer kritischer werden konnte. Warum? Ich war halt schon so um die 50. Ich hatte schon ein bisschen Erfahrung. Ich hatte Dinge gesehen. Ich musste es nicht nur irgendwie lesen oder lernen, sondern ich hatte Eigenerfahrung. Das ist ja ganz wichtig. Also was kann man sozusagen selber beurteilen, weil man in Brüssel war, weil man dabei war, weil man irgendjemanden hatte, der bei einer europäischen Ratssitzung dabei war, weil man eine italienische Außenministerin kennt, weil man immer noch eine andere Erzählung hatte. Und auf einmal kriegte ich natürlich wahnsinnig viele Informationen, die mir im Grunde genau das geliefert haben, nämlich zu erkennen, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem, was in der Zeitung steht und zwischen dem, was stattgefunden hat. Oder was sozusagen nicht in der Zeitung steht, um es mal so zu sagen. Und in dem Moment, das ist ja wichtig. Insofern war mein Netzwerk ja ein Geschenk. Also dass man immer noch wichtige Leute hatte, die in Funktion waren, Außenminister und so weiter, die einmal was erzählten und mal nicht und so weiter. Aber wir kommen jetzt dazu, dass du, du darfst ja immer noch im Mainstream, du warst ja erst gestern Abend bei Markus Lanz, das haben wir vorher im Vorgespräch ein bisschen miteinander gesprochen, weil ich bin heute Morgen aufgewacht und habe gelesen, was für ein Shitstorm sozusagen über dich ergossen wurde und habe mir das auch angeguckt, wie es war bei Markus Lanz. Und ich muss sagen, sie haben dich einfach nicht mal ausreden lassen. Und das ist doch keine Diskussionskultur. Ich meine, einmal spreche ich was, einmal sprichst du mal was. Das ist doch normal. Sollte normal sein. Aber da wurde wirklich, also du warst vier gegen eins. Wie hast du dich gefühlt gestern, als du da wirklich, du darfst ja da noch hin, wenigstens ich darf da nicht hin. Also du darfst noch hin. Warum laden die dich jetzt ein? Nur noch, damit man einen Menschen hat, den man im Grunde zerstören darf öffentlich? Oder ist das so eine öffentliche Hexenverbrennung? Ich würde von dir wissen, wie du dich wirklich das Gefühl, wenn du das schaffst, es vielleicht in Worte zu fassen, was geht in dir vor, wenn du als gebildete, weise Frau, sage ich jetzt mal, da eingeladen wirst und du nicht mal einen Satz aussprechen darfst? Also erstmal danke, dass ich hier sein darf und danke, dass die Frage gestellt wird. Ich erzähle das jetzt auch gerne, auch mit Blick in die Kamera. Ich bin tatsächlich heute Morgen sehr erschöpft aufgewacht, weil das, also die Aufzeichnung war ja schon am Mittwoch. Ich hatte auch tatsächlich das Gefühl, schon in der Sendung, dass das ganz schlimm ist für mich, also dass ich vorgeführt werde. Hab natürlich sehr schlecht geschlafen von Mittwoch auf Donnerstag, hatte einen sehr anstrengenden Donnerstag und hab schon, ich antizipiert, dass nach der Ausstrahlung, also Donnerstagabend dann, dass da am Freitag was losgeht. Ja, und ich war ängstlich, hab mich sehr unwohl gefühlt, bin krank geworden, auch noch ein bisschen so. Also insofern, nur um das mal zu erzählen, dass sowas tatsächlich anstrengende Momente sind, aber umso glücklicher bin ich, dass wir beide eben schon vorher diesen Termin für heute Freitag 14 Uhr hatten und in die Kamera gesagt, ich bin hier hingekommen und wurde nach diesen anstrengenden Stunden heute Morgen, die ich hatte, das war wirklich alles sehr anstrengend. Ja, das Handy ohne Unterlass, was klingelt und ich hatte noch so eine kleine Blasenentzündung und was auch immer, also kränkelnd, Deadlines und so. Und ich wurde hier bei Paula aufgefangen wie in so einem Rosenbett irgendwie. Ja, also man kommt hier hin, kriegt einen Tee, es ist alles entspannt, es ist alles schön. Also die ganze Weichheit oder die ganze Wärme, die sozusagen in den letzten Stunden nicht da war, die habe ich jetzt hier bekommen und insofern bin ich jetzt erst mal ganz dankbar, dass ich hier sein darf und dankbar, dass das jetzt auch der erste Moment ist, wo ich sozusagen wiederum öffentlich das ein bisschen kommentieren kann. Ich möchte das auch gar nicht breit kommentieren. Ich hatte tatsächlich große Angst, dass heute ein ganz großer Shitstorm über mich herbricht, weil ich befürchtet habe, also wir müssen jetzt, das müssen wir aber später machen in so einem anderen Zeitpunkt des Gespräches. Ich würde ja tatsächlich den Punkt vertreten, dass wir seit ungefähr zwei Jahren, also seit Corona, eine doch, ich sage mal, zementierte Deutungshoheit haben, also dass es nicht mehr einfach ist. Du hast ja auch ein Buch geschrieben. Ja, ich habe das Buch darüber geschrieben, ja, wer schweigt stimmt zu über Corona und habe da schon analysiert, dass wir Shrinking Space haben, also dass sich der öffentliche Raum der Meinungsäußerung einschränkt, dass man nicht mehr sprechen kann, dass Argumente nicht mehr ausgetauscht werden, dass es sehr um Moral geht, um Vorverurteilung und so weiter und dass bestimmte kritische Stimmen aus dem Diskursraum ausgeschlossen wurden und immer noch werden. Und das ist bei Corona so genauso wie bei Ukraine. Also bestimmte Argumente sollten nicht vorkommen. Ja, um das mal, ich möchte das schon mal analytisch sagen, was ich bei beiden Diskursen vergleichen möchte, ist sozusagen das Unbedingte und das Verabsolutierte. Etwas geschieht, Corona, deswegen müssen wir sofort und es gibt keine Zeit zu diskutieren und es ist verabsolutiert, es ist unmittelbar und es ist moralisch. Ja, keiner darf sowieso schon dagegen reden, weil es sterben ja Menschen. Ja, das Argument ist ein moralisches. Es muss sofort passieren, es wird verabsolutiert und man kann nicht dagegen sein. Und wer dagegen ist, ist nicht solidarisch. Ja, das war das Muster bei Corona und das Muster fand ich, ich sage es jetzt erst mal, natürlich Putin, aggressiver Angriffskrieg, das bestreite ich überhaupt nicht. Dass der Krieg in der Ukraine eine Tragödie ist, bestreite ich überhaupt nicht und dass Menschen auf brutalste Art und Weise sterben, bestreite ich nicht. Und das ist völkerrechtswidriger Angriff auch. Das bestreite ich alles nicht, ja. Und die Tatsache, dass dann aber von der, sozusagen von der analytisch das Gleiche mobilisiert wurde, weil das so ist, müssen wir unbedingt das und das jetzt tun und zwar sofort, also Sondervermögen und es muss in 72 Stunden beschlossen werden und keiner darf eigentlich was dagegen sagen und im Bundestag gibt es Standing Ovation. Es wird nicht darüber geredet, es geht nicht um Argumente, es geht um Moral. eigentlich war ja schon fast jeder verdächtig, der mal kontextualisieren wollte, warum ist denn das jetzt passiert mit diesem Übergriff? Gab es eine Vorgeschichte? Ist Putin alleine böse? Du wolltest es ja erklären, man hat dich noch nicht gelassen. Achso, und da, natürlich gibt es eine Vorgeschichte, ja. Natürlich kenne ich viele, also man müsste eben sehr viel dazu erklären, also kein Krieg fällt vom Himmel, das will ich sagen, ja. Gerade diese Ukraine-Geschichte hat eine sehr lange Vorgeschichte, da gibt es sehr viele kluge Amerikaner, Fiona Hill oder Dimitri Trenin oder Angela Stent oder wer auch immer, die dazu schon vor Jahren gesagt haben, dass dieser Ukraine-Konflikt ein Dorn im Auge bei Putin ist und je mehr sozusagen da gereizt wird wegen Versprechen für EU- und NATO-Mitgliedschaft und so weiter, dass das für Putin, dass da irgendwann mal was passiert, ja. Ich will das jetzt auf der Sachebene nicht ausführen. Was ich ja eigentlich sagen wollte, ist, dass diese schnelle, moralisierende und verabsolutierte Diskursform, ja, weil die Bilder aus Butscha so tragisch sind, muss jetzt unbedingt morgen schwere Waffen und Putin ist sozusagen diabolisch böse und das alles wird dann so schnell erzählt, dass es eben nicht mehr rational ist, ja. Also der, wie bei Corona, ist die Erzählung dann bei der Ukraine gewesen, weil das alles so ganz schlimm ist, müssen wir schnell handeln, das darf keiner in Frage stellen und wir sind aber dabei, in dieser Mechanik natürlich Besitzstände über Bord zu werfen, die wir früher nie getan hätten. Also bei Corona machen wir Lockdown und werfen eigentlich nochmal weite Teile unseres Grundgesetzes über Bord, ja, weil das jetzt so ist, was ja kein Argument ist, ja, weil das so ist. Und bei der Ukraine haben wir militärische Zurückhaltung, keine Waffenlieferung in Kriegsgebiete, wie auch immer. Ja, oder jetzt zum Beispiel der EU-Beitritt, Ukraine in die EU, wo ich sage, naja, ich möchte auch eine Europäische Ukraine, unbedingt, ich bin die Erste, die das möchte, aber ich kann doch nicht einfach die Beitrittskriterien über Bord werfen. Das wollte ich gerade sagen. Da stehen die Balkanstaaten, die stehen seit 15 Jahren und machen Paketverhandlungen und so weiter und jetzt nur wegen des Krieges muss morgen sozusagen Selenskyj und von der Leyen mal schnell das Formular unterschreiben und dann ist das mal so geschehen. Das kann doch nicht sein, dass ich sozusagen den Besitzstand der EU, also die Rechtsstaatlichkeit, die Werte, die Kriterien mal einfach auf den Tisch lege, weil das jetzt so ist und jetzt so sein muss, ja. Und das stört mich eben an den Diskussionen, die deswegen eigentlich irrational sind, also nur noch irrational auch funktionieren, teilweise ja auch immer diabolisierend funktionieren. Und da wollte ich tatsächlich in dieser Landsendung zum Beispiel wollte ich das Argument machen, dass vielleicht viele der Annahmen, mit denen wir hier im Diskurs operieren, dass die einfach falsch sind, ja. Also zum Beispiel wird ja, oder zumindest kann man ja mal drüber nachdenken, ob sie möglicherweise falsch sind, weil wenn wir die Guten und die Rationalen sind, dann ist es die Aufgabe der Guten und der Rationalen, sich selber in Frage zu stellen, ja. Weil das machen normalerweise rationale Menschen. Also muss es möglich sein, dass wir unsere eigenen Annahmen auf das Geschehen zu gucken, in Frage stellen, ja. Und wenn jetzt immer erzählt wird zum Beispiel, Putin ist ein Wahnsinniger, ja, dann würde ich fragen, vielleicht ist er nicht wahnsinnig, sondern aggressiv und brutal, aber deswegen noch lange nicht wahnsinnig, ja. Ach, Trump war doch auch wahnsinnig. Wie auch immer. Gaddafi war wahnsinnig, Hussein war wahnsinnig. Worauf es mir ankommt, vielleicht ist Putin tatsächlich völlig kalkuliert, aber brutal. Das ist was anderes, als zu sagen, er ist wahnsinnig, ja. Das meine ich, ja. Das ist ja die dialektische Spannung zwischen denen. Also man kann ja brutal sein oder etwas Brutales machen, einen Krieg führen und trotzdem rational sein. Also im Sinne von kalkuliert sein, ja. Und das können wir aber gar nicht mehr auseinanderhalten in unserem Diskurs, sondern weil er was Schreckliches macht, muss er wahnsinnig sein. Weil er kann schon gar nicht mehr rational sein. Dann ist ja die zweite Erzählung, die zweite Erzählung ist, wenn wir ihn jetzt nicht in der Ukraine aufhalten, wird er jedes weitere Land, Finnland und so weiter, deswegen müssen die alle NATO oder noch weitere Länder überfallen. Auch da kann man mal hingucken und sagen, gucken wir uns mal ein paar Texte an, gucken wir uns mal Reden von Putin an, wenn wir ihn analysieren wollten, ja, also verstehen wollen. Verstehen ist ja nicht Verständnis, ja, das haben wir auch vergessen, dass ein Verstehen nicht Verständnis ist. Aber jede Richterin an einem Gericht muss ja den Mörder verstehen. Sonst kann sie ja gar kein Strafmaß ermitteln. Deswegen hat sie kein Verständnis für den Mörder. Ja, aber sie muss ihn verstehen, um das Strafmaß zu ermitteln. Also wäre ja die normale Aufgabe von Rationalität, dass wir Putin verstehen. Wenn wir ihn verstehen, müsste man zuhören, und zwar genau zuhören, und nicht einfach nur sagen, oh, wenn wir ihn da nicht stoppen, dann geht er weiter und sozusagen, ja. Das ist ja die zweite große Erzählung. Ich habe in den 80er Jahren studiert in Paris Etude Sowjetique Est-Europaine, also sowjetische Studien und Osteuropakunde. Bei Hélène Carré-Don-Kos noch, das ist eine ganz große Russlandkennerin, die hat 1983 das legendäre Buch geschrieben, L'Empire Eclaté, das Zerborstende Reich. Die hat also sozusagen die Aufkündigung der Sowjetunion vorausgesehen, ja. Die Frau war großartig, wie auch immer. Ich studiere also in Paris sowjetische Studien. Und was bringt die Hélène Carré-Don-Kos, die jetzt in der Akademie de France sitzt, was bringt die uns bei? Was die Russen sagen, müsst ihr ernst nehmen. Es ist wichtig, ob das Wort in der ersten, dritten oder fünften Zeile steht, ob da ein Punkt davor ist oder ein Komma und so weiter. Alles hat eine Bedeutung. Wir wurden darauf gedrillt, eine Dechiffrierung von russischen Reden zu machen. Wenn ich sage, dass Putin aus dieser Tradition ist, dann müsste ich doch als rationaler Mensch mir die Reden angucken und genau analysieren, was sagt er denn? Ja, die hat ja viele öffentliche Reden gehalten, bevor der Krieg losging. Und dann analysiere ich die. Und wenn ich sage, ich nehme die ernst, ja, dann steht da nichts von großem imperialistischen Ausmarsch auf, keine Ahnung, halb Europa drin, sondern da stehen präzise Punkte drin, warum mit der Ukraine eins, zwei, drei, vier, fünf. So, jetzt können wir sagen, wir wollen das nicht, das gefällt uns nicht, bin ich ja dabei. Wir müssen ja nicht alles, was Putin so sieht, akzeptieren, ja. Aber zumindestens zu verstehen, dass da vielleicht rationale Sachen formuliert werden, die Putin jetzt nicht will, das müssen wir nicht akzeptieren, dass er das nicht will. Aber zu sagen, das ist seine Position, dass wir die verstehen, das, fände ich, müsste unsere rationale Herangehensweise sein. Stattdessen ist der Diskurs, in meinen Augen vom Westen her, diabolisierend. Putin ist jetzt schon mal der Einzige. Stimmt ja auch nicht. Hinter Putin steht der Kreml, steht die Duma, steht was auch immer. Keiner ist allein auf dieser Welt. Keiner kann alleine klatschen. Der Krieg könnte nicht weiter stattfinden, wenn es nicht andere Player und Interessenten geben, die mitmachen, ja. Waffenindustrie, Rüstungslobby. Er hat ja auch gute Verbündete, zum Beispiel die BRICS-Staaten, die hinter ihm stehen, die asiatischen. Ich meine gar nicht so sehr Staaten, ja. Also ist ja jetzt gerade, kann ich die Gelegenheit, da kann ich das einflechten lassen, ja. Aber es ist ja jetzt gerade der, irgendwie in der historischen Forschung herausgekommen, dass der Bericht des Völkerbundes von 1925, ja, der Abschlussbericht zum Ersten Weltkrieg, warum hat der eigentlich so lange gedauert? Ja, und der Abschlussbericht vom Völkerbundes. Die Evaluierung. Ja, die Evaluierung. Der Abschlussbericht sagt, nicht etwa wegen der, was immer, Franzosen, Deutschen, Engländer, die da noch kämpfen wollten, ja, sondern weil damals die Rüstungsindustrie im Ersten Weltkrieg durch gezielte Desinformationskampagnen dafür gesorgt hat, dass der Krieg immer weitergeht. Warum? Weil sie verdienen, ja. Und wenn ich mir das angucke, also dieses, sozusagen dieses Muster, wann endlich kommen die schweren Waffen, weil wenn es nur schwere Waffen gibt, dann ist morgen der Krieg gewonnen und dann ist für, ne, Krieg gewonnen, welcher Krieg ist schon gewonnen, aber das war ja jetzt die letzten Tage, Wochen, die Erzählung, wenn es jetzt endlich nur diese schweren Waffen gibt, dann ist morgen die Ukraine, dann ist der Krieg gewonnen und dann ist es sozusagen, morgen steht es vor der Tür. Dabei wurde nicht definiert, was heißt Krieg gewinnen? Kann man das überhaupt militärisch gewinnen? Wir haben jede Menge Generäle, also Erik Waadt oder Generalinspektor der Bundeswehr, Kujat, Kissinger, wie auch immer, jedenfalls viele kluge Leute, ich bin keine Generälin, kann das nicht beobachten, aber ich lese von denen, dass die sagen, auf dem Schlachtfeld kann das nicht entschieden werden. Ja, wir müssen verhandeln, wir müssen Waffenstillstand machen. Dann frage ich mich doch, wenn wir rational sind und wenn wir sagen, wir haben Funktionseliten, die wir dafür ausbilden, dass sie sowas beurteilen können, ja, warum hören wir dann nicht auf die? Ja, das wäre ja auch mal so unser eigener Anspruch an unsere eigene Rationalität, dass wir den Leuten, die eben Generäle sind, die wir dafür bezahlen und ausgebildet haben, dass sie sowas machen, dass wir denen zuhören, so wie auch immer. Das alles wollte ich also in dieser Landsendung irgendwie vorbringen und in der Tat, jetzt war da eine Frage, wie habe ich mich gefühlt? Ja, ich habe mich schlecht gefühlt, ja. Also in der Tat wurde mir eigentlich keinen Raum gegeben. Ich hatte das Gefühl, dass ich eben nicht, wie jetzt hier, Argumente ausformulieren kann. Ich hatte das Gefühl, dass es natürlich immer mit Moral argumentiert wurde, ja, es ist immer sozusagen Vernunft und Moral sind einfach zwei Argumentationsebenen. Immer wenn man versucht, rational dieses Kriegsgeschehen zu kontextualisieren, was war die Vorgeschichte, was sind die Akteure, was sind die Interessen, dann waren immer die Bilder, die Bilder, die Bilder. Die Bilder sind schrecklich, ja. Ich sage das auch noch mal in die Kamera. Ich gucke mir auch die ganz schrecklichen Bilder aus Butcher und Mariupol an, ja. Aber wenn die Frage ist, die Bilder sind schrecklich und die Antwort sein muss, wie beende ich die Bilder, dann ist halt die Frage, beende ich sie mit mehr Waffen? Durch mehr Waffenlieferung? Das ist die Frage. Oder mit Verhandlungen und Waffenstillstand. Ja, meine Frage ist immer, gibt es denn überhaupt eine Grundlage dafür? Ja, also fangen wir mal an. Die Ukraine ist weder in der NATO noch in der EU. Was haben wir eigentlich da zu tun? Außer, dass sie unsere Nachbarn sind. Ja, sie sind ja nicht weit weg von uns. Ja, Ukraine ist um die Ecke. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück und merke mir die Frage, weil wir wollten ja noch mal reden über diese Landsituation. Ja, genau. Und dieses Gefühl, was ich eben hatte in der Sendung und was mir natürlich ein schlechtes Gefühl gegeben hat, weil ich habe ja in der Sendung gesessen und gemerkt, dass das für mich nicht gut ist. Wurdest du vorgeführt? Das weiß ich nicht. Das würde ich auch niemandem unterstellen wollen. Aber was irgendwie klar war, ist, dass ich für mich das Gefühl hatte, ich dringe hier nicht durch. Ich kriege keinen Raum. Ich komme gar nicht dazu, Argumente zu formulieren. Und sie werden auch sofort abgeblockt. Ja, ich habe ja versucht, über 2008 zu sprechen, 2014 Maidan und immer nur die Bilder, die Bilder. Ja, also mir wurde das Wort abgeschnitten oder es kam der moralische Vorwurf. Damit wird man fast bloßgestellt. Sehen Sie nicht die Bilder? Natürlich habe ich im Grunde schon, während ich da saß, gemerkt, ich verliere hier die Debatte. Und wie fühlt man sich, wenn man weiß, das gucken jetzt Millionen Menschen. und ich kriege nichts zu greifen. Ja, ich habe mich schlecht gefühlt. Bin tatsächlich auch am Tag danach einfach, glaube ich, so psychosomatisch irgendwie ein bisschen krank geworden, weil das natürlich wahnsinnig stressig ist und hatte Angst vor dem Shitstorm. Das gebe ich gerne zu. Und das, was ich eben heute, es ist, wir reden ja jetzt am Freitag, also am Tag danach, tatsächlich dann bemerkt habe und mit eigentlich genauso viel Verwunderung wie Dankbarkeit entgegengenommen habe, ist, dass ich gesehen habe, dass die Fernsehzuschauer das bemerkt haben. Also der Shitstorm, den ich erwartet hatte, weil offensichtlich wurde ja eine Deutungshoheit zumindest eingegrenzt. Also bestimmte Sachen sollten keinen Raum bekommen und sollten nicht sachlich diskutiert werden. Also das kann man glaube ich Abgewürgt werden. Abgewürgt, das kann man schon sagen. Und ich bin da immer gegen diese Mauer gelaufen. Wer gegen eine Mauer läuft, der holt sich halt Beulen. Dann aber auf Twitter, nachdem ich heute Morgen wirklich fast nicht aus der Decke kam, weil ich dachte, du machst das Handy aus, du willst das gar nicht sehen, was wird über dich geschrieben? Und dann auf einmal aber zwei, drei Freundinnen hatte, die mir gesagt haben, Ulrike, guck mal, das dreht sich gerade auf Twitter, das geht voll in deine Richtung. Eigentlich ist die Frage, solltest du vorgeführt werden, wie auch immer. Jedenfalls gab es offensichtlich, und das ist ja das Wichtige, gab es offensichtlich viele Fernsehzuschauer, die einfach interessiert daran gewesen wären, zu hören, was ich denn zu sagen gehabt hätte, die irgendwie vielleicht geahnt haben, oh, die sagt nicht das, was alle sagen, die vielleicht sogar auch eigentlich nicht gut finden, was ich sage, weil sie doch eher mir dann unterstellen, dass ich irgendwie pro Putin bin oder so, aber die zumindest das Gefühl hatten, ich hätte das sagen dürfen, müssen, ja, oder, also können, ja, also dass man, dass es wichtig gewesen wäre, im Sinne einer rationalen Diskussion. Und dann, dass sich das Platz so gewendet hat, und dass ich dann heute Nacht, das ist ja dann wie so ein Pegelstand, der dann so anschwillt, und ich dann gesehen habe, da ist irgendwie auf Twitter so eine Solidaritätsgeschichte erfolgt, das hat mich tatsächlich wahnsinnig dankbar gemacht. Aber ich finde genau solche Sachen absolut gut, ja, also, da findet etwas statt, ja, man, vielleicht haben sie beabsichtigt, sich in eine Ecke zu drängen, sagen, ja, die mit ihrer Meinung lassen wir jetzt erstmal nicht durchkommen, aber der Zuschauer, der wird immer, wie soll ich sagen, immer klarer, nach meiner Beurteilung einfach. Auch zum Beispiel, ich habe jetzt den Albert Burla, ja, das ist der Chef von Pfizer, der war auch bei Davos, und da hat er ganz offen gesagt, er hätte eine Milliarde Dosen, die er gerne verschenken möchte, Spenden an gewisse Länder, die keine haben. Und er hat dann gesagt, aber sie haben ein Problem, es gibt zu viele ungebildete Menschen, genau das hat er gesagt, wortwörtlich, ungebildete Menschen, die nicht an die Wirkung der Impfung glauben. So, das hat er einfach mal so sagen dürfen, keiner hat ihn unterbrochen. Da, muss ich sagen, wenn dann Millionen von Menschen zugucken, da haben leider nur ein paar Tausend zugeguckt, egal, das interessiert anscheinend keinen, aber, wenn man das hört, machen sich die Zuschauer ihre eigenen Gedanken, denn drei Viertel der Menschheit ist nicht geimpft. Und wenn du drei Viertel der Menschheit für dumm, oder sagen wir mal ungebildet, wie er gesagt hat, dann entwickelt sich ein Automatismus innerhalb einer Gesellschaft. Und das war, und ich schätze, das geht in die Richtung bei dir, weil als ich es heute Morgen nachgeguckt habe, weil ich gucke gar kein Fernsehen, ich gucke dann halt natürlich für meine journalistische Arbeit immer die wichtigsten Themen an, habe ich nur gedacht, das wird nicht nur ich, habe das gemerkt. Nein, das haben tausende von Menschen gemerkt, dass man eine Frau, eine gestandene Frau, nicht mal ausreden lässt, ist einfach, gehört auch nicht zur normalen gesellschaftlichen Kulturen. Wir haben diesen Weg, Entschuldigung, wir haben diesen Weg des Respektes einfach verlassen. Und das ist natürlich dann, da sind wir nicht beim Punkt auch der heutigen Debatte oder auch vielleicht meinem Buch oder meiner Rolle jetzt, ja, oder auch meiner Doppelrolle jetzt, ja, sozusagen draußen drin und so weiter. Das haben wir tatsächlich in den letzten, also ich sage mal, mit Corona, vielleicht schon vorher auch, ich würde auch sagen, also für mich ist es auch nicht Corona das erste Mal, also auch schon diese Bankenkrise wurde eine Deutungshoheit zementiert, Putin-Versteher, Lügenpresse, Refugees Welcome, also es gab schon verschiedene, die letzte Dekade eigentlich, ja, in den letzten zehn Jahren hatte man immer schon mal das Gefühl, dass so bestimmte Erzählungen wirklich wuchtig durchgesetzt werden sollten und jeder, der gesagt hat, der den Finger gehoben hat, gesagt hat, da können wir mal ein bisschen differenzieren, ja, der war schon draußen irgendwie. Und bei Corona wurde es massiv und bei der Ukraine jetzt mal obendrauf, in meiner Wahrnehmung auch sehr massiv. Bleiben wir mal ganz konkret dabei, ja, also 2014 beim Maidan, dieser Aufstand, Friedensbewegung auf dem Maidan, da war ja noch die Anstalt beim ZDF, die ein wahnsinnig kritisches Ding gemacht hat, ja, über die US-Propaganda auf dem Maidan und so weiter, ja, da haben wir alle noch gelacht und gesagt, Die haben auch alle Thinktags auseinandergenommen, ja. Genau so, ja, und jetzt ist das aber im ZDF eigentlich verschwunden, ja, und insofern hat sich da tatsächlich eine Polarisierung ergeben und da sind wir jetzt auch schon wieder beim Thema, warum ich jetzt in so eine, sagen wir mal, Doppelagentinnenrolle gerutscht bin, ja, aus Gründen, die ich mir selber nicht erklären kann, was ich ja nur erklären kann, ist, dass ich in den letzten zwei Jahren darum gerungen habe, aus den sogenannten Leitmedien nicht sozusagen herauszurutschen, weil ich immer noch denke, da spielt die Musik, da muss die Überzeugung stattfinden, da müssen die Argumente sein, weil sozusagen die Ausgrenzung von, oder das Abdrängen in andere Diskussionsräume, so wichtig ich die halte, ja, also die ganze Corona-Diskussion hat ja nur damit funktioniert, dass wir Gott sei Dank das Internet hatten und alternative Diskursräume erschließen konnten, ja, und auf einmal gab es dann, was soll ich mal, Kaiser TV oder Oval Media oder KenFM, wie auch immer, wir konnten da hingehen und sagen, okay, das ist hier, weil es da nicht gesagt werden darf, ja, so, und trotzdem ist das ja nicht gut, also wenn man sozusagen vorher schon die Spaltung macht, dann ist da der Gartenzaun, ja, und dann kommen halt einige rein in den Garten und andere sind draußen, aber dann tauschen sich ja auch die Argumente nicht mehr, ja, und deswegen war das immer, und das habe ich vielfach gesagt, eben auch in diesem Buch geschrieben, wenn wir Habermas herrschaftsfreien Diskurs haben wollen, nämlich, dass die Argumente zählen, dann muss das Medium egal sein, dann gibt es kein Pfui-Medium, wo alles Pfui ist, ja, und dann gibt es auch nicht die guten Medien, wo alles nur gut ist, ja, sondern da kann auch in der Süddeutschen Zeitung was Schlechtes stehen und bei Oval Media was Gutes, ja, und deswegen habe ich mich bemüht, sozusagen, und das war ja gar nicht einfach, ich wüsste auch nicht, was heißt, ich habe mich bemüht, das kann ich ja gar nicht sagen, es ist einfach so passiert, ja, es ist irgendwie fast wundersam, weil es sind ja viele rausgeflogen, es sind ja viele Leute irgendwie aus dem Diskursraum rausgeflogen oder nie mehr in den Deutschlandfunk, was auch immer, ins ZDF gekommen, ich sollte vielleicht, ich weiß gar nicht, ob das was dazu tut, aber ich war zum Beispiel im November nochmal bei Maybrit Illner eingeladen und hatte schon das Flugticket und wurde wieder ausgeladen, ja, da kann man sich dann auch so seine Gedanken machen, ob da nicht noch irgendeine Intendanz dann doch mal geguckt hat, wer sollen denn heute Abend die Gäste sein und dann wurde nochmal kurz ein bisschen drüber geguckt, ja, also überhaupt wahrzunehmen, dass sowas passiert, wahrzunehmen, dass man, oh, du warst eingeladen, wirst wieder ausgeladen, wer wurde noch gekündigt, ausgeladen, welche Journalisten wurden gefeuert, also ich habe ja da im Bekanntenkreis wirklich einiges erlebt und die Tatsache, dass ich das erleben musste, also ich bin ja wirklich, keine Ahnung, staatsbürgerlich, republiktreu, engagiert, ich glaube, ich bin irgendwie die beste Bundesbürgerin, also im Sinne von, verstehen Sie, Institutionen, Vertrauen und so weiter und dass ich das erleben musste, dass meine Bundesrepublik, ja, die ich hochgehalten habe, ja, inklusive Bundesverfassungsgericht und so weiter, dass diese Bundesrepublik mich mit Blick auf ihre Institutionen und Funktionsebieten so enttäuscht, ja, Bundesverfassungsgericht, andere Institutionen, wo ich gedacht habe, das hätte ich nie gedacht, das hat mich fundamental enttäuscht, ja, und deswegen kämpfe ich ja noch, weil ich eigentlich diese alte Bundesrepublik wiederhaben möchte, die so gut funktioniert hat, mit so vielen tollen Funktionseliten, ja, dass das nicht alles irgendwie abgleitet in, wir dürfen nicht mehr und die Medien werden immer enger und so und es hat sich aber irgendwie, ohne dass ich sagen könnte, warum das so war, ergeben, vielleicht habe ich irgendwie gute Leute, die mich mögen, ja, beim Deutschlandfunk, die mich dann doch immer nochmal wieder einladen und das war, Du verfügst einfach über ungemein viel Wissen und das sind auch wenige, auch in dieser Mainstream-Blase gibt es nicht so viele, die wirklich ein kompaktes Wissen an Europapolitik oder an Weltpolitik In Europa war dann immer auch so ein bisschen, also zu Europa durfte man dann auch immer noch französische Wahlen und wer wird dann eingeladen und so, dann hatte man auch immer noch so diesen leitmedialen Raum, aber auch zu Corona, war es schon interessant zu sehen, dass ich immer wieder noch vor durfte, ja, also, so und bleiben wir jetzt mal bei Lanz, da war ich natürlich lange auch nicht, also ich war das letzte Mal halt im Oktober 2020, da war ich ja dann auch schon kritisch, sehr zu Beginn, 2020 und dann lange nicht, lange nicht, lange nicht, also ich habe schon gemerkt, dass man dann auch erstmal, sozusagen erstmal draußen ist. Aber da muss ich auch jetzt mal wieder ein Gegenkompliment machen, weil ich finde das einfach gut, dass du nämlich vor und voreingenommen zu Apollut gehst, zu, was weiß ich, zu anderen freien Medien und im Grunde dasselbe sagst, also du bist ja du und spielst jetzt nicht im freien Journalismus jemanden vor oder auch, du spielst ja auch niemandem was vor im Mainstream und das finde ich halt genau richtig. Aber das ist ja das Einzige, was funktioniert, dass ich sage, also ich denke jetzt zu Corona das und ich denke zur Ukraine das und zur Euro-Krise das und keine Ahnung und egal ob ich bei Apollut bin oder im ZDF, das denke ich. Finde ich fantastisch. Aber das ist Meinungspluralismus, also das und nichts anderes. Also wenn ich sagen muss, weil ich zum ZDF gehe, denke ich über die Bankenkrise das und weil ich zur Apollut gehe, denke ich über die Bankenkrise das, dann wird es doch gaga. Also ich meine, das ist doch genau, worüber wir reden. Worüber reden muss doch sein, dass ich eine begründete Meinung habe zu einer bestimmten Sache, das und das zu denken, weil ich mir da was erarbeitet habe, weil ich Informationen habe, wie auch immer, und dass ich das egal wo ich bin sage, ohne angegriffen und sanktioniert zu werden. Darum geht es doch, um nichts anderes. Liebe Ulrike, ich glaube wir haben schon ganz schön lange geredet und ich würde dich gerne nochmals einladen, vielleicht hast du ja Lust über ein anderes Thema mit mir eines Tages zu sprechen. Wie gesagt, ich mag dieses Ehrliche, ich mag dieses Authentische, dafür bin ich auch selber bekannt und ich mag es auch Menschen einfach ausreden zu lassen und trotzdem auch Fragen zu stellen. Die kann man nämlich auch mit Respekt stellen, lieber Markus Lanz. Vielleicht kommst du ja mal in meine Sendung. Aber machen wir mal ein Angebot zur Versöhnung. Ja, also ich bin sicher und ich würde mir wünschen, dass ich eben nochmal in eine Markus Lanz-Sendung komme und dass man das vielleicht eben auch thematisiert und dann kriegen wir nämlich Heilung. Genau. Also darum würde es gehen, dass das vielleicht das Awareness war, so geht es nicht und wir als Land, als Land, als Bundesrepublik, unser Mediensystem muss das korrigieren und jetzt werden die Hände der Versöhnung ausgestreckt. Ja, und ich glaube, also das ist, eigentlich muss das das Ziel sein und wenn so ein Boom-Vorfall dazu einen Beitrag geleistet hat, dann wäre es sozusagen in jeder Tragik liegt, was gut ist. Ja, und das würde ich mir einfach wünschen. Ja, das würde ich mir einfach wünschen. Ich danke dir vielmals Ulrike und ich wünsche, dass du wirklich kraftvoll bist. Bitte unterstützt sie auch moralisch, denn das muss man auch mal machen und die letzten Worte haben mir sehr, sehr gut getan, was du gerade gesagt hast und das ist auch mein Anspruch, die Hände auszustrecken, um einer Heilung entgegenzutreten. Ja, wir haben jetzt viel zu diskutieren, ja, und das ist auch tatsächlich, ja, das war jetzt für alle anstrengend, oder? Corona und jetzt der zweite, also sozusagen der Ukraine-Krieg, die gesellschaftliche Entspannung, das ist ja jetzt für alle anstrengend, was wir machen. Das müssen wir uns ja auch immer, wir sind alle irgendwo depressiv, verunsichert, vielleicht sozial geschädigt, Angst, verschiedene Ängste um den Verlust der Demokratie, Corona, wie auch immer. Jeder hat jetzt seine Ängste, viele haben Existenzängste, also alle merken die Verunsicherung und als Politikwissenschaftler kann ich nur sagen, wenn wir die Verunsicherung in die Polarisierung treiben, dann stehen am Ende zwei Bevölkerungsgruppen, die nicht mehr miteinander sprechen, ja, das nennt man, im Bürgerkrieg nennt man das, ja. Also die Dinge sind, die können ja, also was ich nur sagen will, ist, was wir immer vergessen, und ich meine das jetzt gar nicht fatalistisch oder irgendwie auch nicht, aber wir denken immer in unseren doch sehr zivilisierten Demokratien, dass uns die Systeme nicht entgleiten können, weil wir das vergessen haben, dass das passieren kann, ja. Die Geschichte lehrt uns aber, dass einem ein System aus der Hand rutschen kann, wie so ein Fisch, ja, und meistens merkt man den Moment nicht, aber schneller, als man glaubt, und dann ist es Putsch, ja, und dann hat man Besitzstände über Wort geworfen, und da fand ich ja schon zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht bei Corona sehr grenzwertig, ja, und auf einmal hat man den Freiheitsbegriff umgedreht, und auf einmal ist der Freiheitsbegriff weg, und auf einmal kriegt man es nicht mehr zurück, und zwei, drei Jahre später merkt man es, und denkt sich, wie konnte das passieren, ja. Und ich glaube schon, dass wir darüber reden müssen, ja, um es, weil ich ja tatsächlich an Europa glaube, an die Bundesrepublik, an unsere Funktionseliten und daran, dass wir einfach gesunde, vernünftige Gesellschaften sind, mit gesunden Gegenöffentlichkeiten. Das ist das Allerschönste an dieser Krise, dass man sieht, wie sehr resilient einfach die normalen Leute sind, ja, die sich auch nicht alles erzählen lassen und so weiter, und aus diesen Gegenöffentlichkeiten entsteht jetzt gerade was, und deswegen glaube ich tatsächlich, wir kriegen das hin, wenn wir jetzt einfach richtig viel miteinander reden. Danke, dass du da warst, Ulrike Gero. Gerne. Ja, das war's, das war klare Sicht, ich hoffe, wir haben ein wenig mehr klare Sicht reinbringen können. Eigentlich wollte ich noch was von Hannah Arendt hier zum Besten geben, aber ich glaube, es ist erstmal wichtig, das alles zu verdauen, und was auch Ulrike gerade angesprochen hatte, geht aufeinander zu und sprecht miteinander. Bleibt neugierig. Und bleibt Mensch. Danke. Und ich komme nochmal wieder. Gerne. Super. 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 Super.